Treiben wir erstmal Handeln mit dem Guten. Eine bessere Selektion, als du auf dem Promenadekopf findest. Und eine Qualität mit einem Freund von... Ja, 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 ja. Laborkettel mit Spritzschutz. Ähm. Acht, fünf, drei... Adrenalinzeit. Aufmachen, Doktor! Good luck getting to Jesse. And better luck if you do. It's a real piece of work. Ich will erstmal mit der Edna hier springen. Und dann können wir uns immer noch um die Dame da kümmern. B&P Borstpockets. Can be macrolated in 2,5 Sekunden. Borstpockets. Schrottsammler. Spreadwurst. Ha, Spreadwurst. Die Rattikel. Hi, Edna. My comm center already got an update ping from the backup relay. I trust everything went smoothly. Yeah, more or less. Hier sind deine Sicherungsdaten. Thanks. Hm, that's odd. The only messages in the queue are encrypted ones. Looking at the transmission logs, The relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever's the cause, the board and the earth minister will see it sorted. Bestimmt. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Jun Lei. Try not to spend it all in one place. Ah, lieb von dir. Routing through the backup relay has saved us a mess of trouble. Thanks to you, the auxiliary will handle the signal load when the primary is caught in the occlusion. Groundbreaker. Groundbreaker sitzt freundlich. Na gut. If something's broke, fill out an incident report. You keep the yellow coffee. If something's broke. Nix neues zu sagen. Ich hoffe, sind echt noch irgendwo Ingenieure. Song-Jung. Repairs are holding just fine. Repairs. Repairs don't do it. Nehmen wir auf, schweigen. Waffen aus der Erdlosen Leere. Eine mächtige Waffe. Wer ist da? Also geht's eigentlich bei dem Auftrag nur ums Feuerzeug. Vielleicht lässt er ja mit sich handeln. Vielleicht lässt er ja mit sich handeln. Ich waffe. Ich waffe. Ich waffe. icer nur im Schraub. Wir sind einy-Klinder. Ich waffe. Ich waffe. Speichern wir mal. Nachbarn von oben. Was bringt dich in mein kleines Mondlichtkrieg? Hör auf den Feuer dieser Verwaltungen. Dieser ist wunderschön für Justiz. Wunderschön oder tot. Runderschön oder mittel. Was wird es sein? Wie willst du mich gekocht, Bounty Hunter? Bounty Hunter? Gib mir dein Feuerzeug und die Sachen mit dem Kopf geritzt. Mein Feuerzeug? Scheiße. Ein kleiner Flick hier hat mich auf dem Pyro-Wand begonnen. Okay, er ist dein. Gib ihm ein gutes Haus. Geh ihm. Wir trinken Herrn Flick extra gut, aufgrund von ihm ist dein Freund. Du nimmst deinen kleineren Flick? Ich will mein Baby-Pyro. Aber es hat mich verloren in meinen Kopf. Dieses Kort braucht seinen König. Und ich bin ein eigenes Kind. Ein eigenes Kind. Warte mal, die Gravoda steht da etwa Sanita. Keine Augen, du hast da. Sanita gab mir das Licht. Wir hatten ein paar Jahre vor ein paar Jahre lang. Und sie wollte mich, etwas zu erinnern. Bis zum... Das ist gut. Anderes Anliegen? Lass es mir an, Boss. Na gut. Ist ja schön, dass wir das gewaltlos lösen konnten. Und ich mag solche Quests eigentlich hier richtig. Weil es muss nicht immer actionreicher, fetter Kampf sein. Auch wenn das auch ganz lustig ist. Aber man kann echt ja... Sachen auch mal gewaltlos lösen. Und... Schön, dass es Spiele gibt, die solche Konzepte überhaupt bringen. Diese verdammten Werbedrohende überall im Riddell. Marien! Marien! Captain McGrath ist mausetod. Zum Beweis habe ich hier sein Feuerzeug. Hast du... mit dem es halt eurem sündlichen Übereinkommen zu tun? Er hat das gesagt, oder? Ich hätte seinen Arsch von einem End von einem Grundbrecher zu dem anderen ein paar Jahre zurückgebracht. Was er in das ist sein Geschäft. Das Geschäft? Ähm... Hier ist der Bounty-Payout. Nice work done there. With any luck we can hire more sharp-eyed Bounty-Hunter like you in the future. Neues work done here. Hast du das auch zu ihm gesagt? With that bastard McGrath dead. McGrath dead redemption. Oh. Tag Buch. Waffen aus der losen Leere. Der schlechte Kontakt. Er denkt mit Jesse stimmet was nicht. Ähm... Trink den Saphir-Wein. Organisiere ein Treffung. Machen wir mal das. Tut 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 tut. Delete. Kehr zu einem Reliable zurückbefragt. Habadi nach Jun-Lai. Ich muss gleich mal der Beißchen machen leider. Hab ich aber auch für die nächsten paar Sessions genug aufgenommen. Das reicht schon. Na gut. Hi Pavadi. Hm. Ist das Schiff gleich oder was du siehst? So, Jun-Lai und ich haben gesprochen. Durch Messungen? Ich habe ihn hier auf meinem Datapad. Und, well. Sie hat mir ein Poem. Wenn sie sie selbst schreibt, bin ich ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob ich es in den schreibe. Weil Poems sind alle symbolisch und so richtig. Es ist nicht so gut. Aber wirklich süß. Kind of cute. Würdest du also sagen, es kommt vom Herzen? Wie schlecht ist es denn? Oh, Law. Das ist, was mich spooked hat. Ich weiß nicht rechtlich. Es ist über dieses Motor, das sich aparte schraubt. Dann kommt diese Frau Mechanik und legt eine Hand auf sie. Und die Probleme geht weg. Oh. Sie singt. Ich will nicht zu hoffen werden, aber ich bin gefragt, ob sie vielleicht ist der Motor und ich bin die Frau? Klingt als ob sie sich mögen. Ich weiß nicht, wo es leidet oder ob ich verinterpretiere. Ich bin nicht interessiert in physischen Sachen. Ich bin niemals. Least ist nicht wie andere Leute. Es ist nicht, dass ich es nicht kann. Ich bin einfach nicht interessiert. Es ist ein Problem im Vergangenen. Die Leute, die mit mir in der Weile waren, sie sagten, ich war kalt. Was erzähl, ich die wärmste Person, ich kenne, zur Hölle mit denen. bin ich. Kaptain. Das macht mich ein bisschen besser. Ich habe noch ein es von Junle. Ich habe einfach nicht den Wettbewerden. Aber ich werde das verändern. Jetzt. Okay, hier geht es. Oh, das ist ja schnell das skandiert. Sie standen sich nahe jetzt also nicht mehr. Eine ausgezeichnete Idee, Alkohol löst alle Probleme. Ich bin sicher, dass du damit klarkommst. Ich glaube nicht, dass dieses Problem sich durch Alkohol lösen lässt. Trinken hat sich nichts löst, Kapitän. Ich konnte jetzt drei Nachts schlafen. Ich möchte nur den kleinsten. Ich bin voll ernst. Nächste Zeit, wir sind auf dem Grundbreaker, ich versuche einen Drink. Wenn ich zwei habe, werde ich es auf meinem Lonesome machen. Aber ich fühle mich besser, wenn jemand, ich glaube, war da. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Na gut. Na gut. Na gut. Dann gehen wir halt in die Bar. und Trinken machen. Und nehmen. Vorteile. Mein Bonus. Oh nein, ich muss doch noch Folgen rendeln. Und nehmen. Böde. Meilen. Mardegraun. Mardegraun.